boom was geht ab leute willkommen bei mir auf dem kanal zurück wir hatten vor drei wochen ungefähr schon mal von pa sports und so war video angeschaut und das musikvideo fand ich mega geil und von daher würde ich sagen wir müssen mal noch hier reinschauen neues lied fahrlos auch wieder pa sports und so war und ich bin gespannt wie diesmal das video ist ob mich das auch wieder weg kreis wie das letzte mal das war echt krass gewesen let's go geile mustang es geht mal anders los diesmal also das letzte mal war es ja gleich so richtig so richtig reingezogen hier steht made by mili also das wundern da dass da irgendwas verheimlich wird das erinnert mich voll an forst and furious gerade auch richtig krass extrem also das habe ich gleich so richtig den moment von forst and furious im kopf irgendwie das glaube ich sogar der filter vom ich überlege gerade vom ersten teil glaube ich müsste das sein ganz zum schluss wo die dann losfahren wo dann der zug kommt und wie diese dann nochmal weggekracht wird diesmal muss ich sagen ich finde es gut an sich jetzt grundsätzlich aber ich fand das andere geiler so vom einklang das fand ich gleich da hast du richtig so ein gänsehaut moment bekommen aber das ist jetzt nicht ganz so krass wie das letzte mal so weil diesmal muss man sagen diesmal klingt das irgendwie landes wenge spezieller wie das letzte mal wurde es so richtig gleich ins herz ging so ne von der stimmlage her das war richtig krass gewesen aber das ist vom style mal komplett was anders also dass ein rapper sag ich mal in der dimension so miteinander zusammenarbeitet das so diese stimmlage komplett also geblieben ist muss man sagen ist was neueres was man jetzt nicht so oft gesehen die einzigen die was oft mal neue leute einfach mal mit reinnehmen was man nicht kennt sind savas was man jetzt öfters schon mit amg oder so was zum beispiel oder der fahrrad der tut auch sehr sehr oft andere leute mal mit reinnehmen wie bei mx nippe zum beispiel da hat man das hat gleich am anfang gemerkt dass da schon wieder andere stimmen mit drin sind also so newcomer muss man mal sagen oder die sana jetzt zum beispiel also das finde ich schon cool um meinen dämonen zu entkommen ich werfe stein für stein aus meint schiebe dacht ich bitte und halt mich mit der nächsten kippe wach ich war los wenn mein elend mich down zieht ist der grund warum keiner mich wein sieht dass der wind meine tränen nicht preis gibt weil der wind meine tränen nicht preis gibt drücke high speed ist der grund warum mich keiner von euch wein sieht dunkelrote flecken auf dem magelneuen white tee jede chick in meinem leben poison ivy was weißt du von meinem krieg von bildern die vorbeiziehen das hier ist kein spiel das hier ist kein spiel wir ficken ice society der paine macht also ba macht ja auf jeden fall bis in ganz kurzen port wahrscheinlich dann warte mal wo ging es dann los und ich weiß wenn der schmerz fängt denn das geht dass der wind meine tränen nicht preis gibt weil der wind meine tränen nicht preis gibt drücke high speed ist der grund warum mich keiner von euch wein sieht dunkelrote flecken auf dem magelneuen die jede chick in meinem leben poison ivy was weißt du von meinem krieg von bildern die vorbeiziehen das hier ist kein spiel wir ficken ice society der paine macht dich hart wenn du hier in meiner welt lebst wenn die meisten in dir nur geld sehen trug weiter aufs gas atmen nikotin und fahrtwind denk an die paar brüder die noch immer da sind denn zu viele sind ja das ist an sich geil jetzt aber ich fühl's diesmal nicht ganz so krass wie das erste von den beiden das ist an sich son my pa oder sowas das ist cool oder krass was er alles so wieder rauslässt jetzt also zurzeit sehr deep was man da hört so von ihm jetzt was das jetzt angeht aber das lied davor fand ich krasser genau exodus hieß das das war krass eigentlich müssen die doch langsam mal durch sein so oft wie man das schon gesehen hat das ist wie in den filmen gemacht hier in einem leben in dem jeder nur schaus spielt ich pushe kms bis meine seele nach haus fliegt erzähl mir nicht dass du mich auch liebst ich war los wenn mein elend mich dann zieht ist der grund warum keiner mich wein sieht und ich weiß wenn der schmerz wird denn das geht eigentlich ist bei for los das gleiche bild eigentlich wie bei exodus bloß dass da diesmal keine glasscherben sind sondern rauch ja weise exodus auch gehört habt okay das ist jetzt eine woche später vielleicht ob das überhaupt noch jetzt jemand nochmal nachschaut oder so mal gucken aber jetzt prinzipiell fand ich das andere auf jeden fall schon mal geiler das schon mal vorweg fand ich wirklich viel viel geiler aber ich bin gespannt was ihr dazu sagt ich würde mich sehr freuen wenn du mir einen kommentar mit lassen würdest mit deiner meinung welches du vielleicht geiler fandest ansonsten würde ich mich auch über ein abo natürlich freuen kannst mich kostenlos abonnieren und unterstützen und von daher drei mein lieben schönen freitag euch noch bis bald ciao bis bald 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 bis bald